Hallihallo liebe Leute, es ist mal wieder soweit. Der Zaunfall packt eine Z-Box aus und das ist, ich hab mal nachgeguckt, voraussichtlich erst einmal die letzte Z-Box. Mein Abo ist nämlich endlich abgelaufen und ja, mal schauen was die Zukunft so bringen wird. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es verlängern soll, weil ich muss sagen, die letzten Boxen waren irgendwie jetzt nicht so interessant. Andererseits ist das vom Preis her, was die liefern, eigentlich trotzdem immer ganz cool. Und ja, wir haben eine wunderbare neue Z-Box hier und ich verspicke noch mal eben nach dem Thema, ob es hier irgendwo drauf steht. Genau, Mutants soll das Thema dieses Mal sein. Und was mir direkt auffällt, die Kiste ist wesentlich größer als die bisherigen. Das verspricht eigentlich ein mehr als interessantes Item drin zu haben oder irgendwas besonders cooles, großes. Ich weiß es nicht. Schauen wir einfach mal hinein. Das sieht in der Tat schon vielversprechend aus. Womit fangen wir an? Ich würde sagen, das T-Shirt. Und da haben wir... Hm, ich bin mir nicht ganz sicher, was das ist. Auf jeden Fall ist es nicht im Frame. Machen wir das mal so. Eine Sphinx. Mit irgendwelchen Menschen, die hier vor knien und beten. Hier irgend so eine Art Prophet-Prediger. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Aber das Motiv ist schon geil. Auch wenn es wieder dieses komische Orange ist, was jetzt... Ähm, ja, ich muss mal gucken. In der Kamera nicht so 100% rüberkommt. Ähm, es ist wesentlich kräftiger leuchtender Orange-Gelb, glaube ich, als ihr das hier seht. Ähm, nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist schon mal sehr, sehr cool. Ähm, naja, und hier hinten drin in der Box ist es wie auch wie immer dargestellt. Nicht schlecht. Und ja, ich sehe schon, warum die Box dieses Mal viel größer ist als sonst. Wir haben einen Turtle. Einen Raphael. Mit, ähm, übergroßem Kopf. Und, äh, ist zwar eine Funko-Figur, aber die ist diesmal, äh, aus Stoff interessanterweise. Ähm, können wir ihn daraus befreien? Hm. Ist da hinten mit so einem Kabelbinder fest? Ähm, hm. Blablabla, 6 Zoll, äh, Fabric Creation. Okay, also aus Stoff, ja. Aha, er hat eine Kopfartikulation. Hm. Okay. Und flache Füße für einfaches Display. Yeah, ich bezweifle, dass der mit seinem Riesenschädel so einfach stehen bleiben wird. Ähm, äh, so ist er Basel. Gucken. Ah, ja. Und dann ist er hier mit Kabelbindern sicher fixiert. Hm. Schauen wir mal, ob wir den hier befreien können. Ne? Jetzt ist er durch. Und nochmal mit irgendeinem bisschen Kleber. Hm. Ist ein weiches Material. Hinten der Panzer. Na, der ist irgendwie festgemacht. Gut. Ein großer, ähm, hier, Nippelanhänger. Äh, versteckt sich aber von vorne ganz gut hinterm Arm. Das, das geht eigentlich noch. Und in den Füßen ist irgendwas Hartes, Festes drin. Also, hm. Ja, doch. Er bleibt tatsächlich so einigermaßen stehen. Aber man darf ihn auch dann absolut keinen Bewegungen aussetzen, sonst kippt er um. Ja. Aber gefällt mir eigentlich ganz gut, so ein Törtel. Nur dieser übergroße Kopf. Warum? Hm. Ähm. Geh mal wieder zurück in ein Zuhause. In dieser Schachtel. Ähm, ja. Und dann, juchu, eine weitere Disney-Infinity-Figur. Diesmal der Hulk. In einem komischen Blassgrün. In den Filmen kommt er mir immer wesentlich grün leuchtender vor. Ähm, ja. Gibt's da draußen von euch, unter euch irgendwelche Disney-Infinity-Spieler? Ich hätte da einen abzugeben für kleines Geld. Näh. Ich mein, die Figur an sich sieht ja diesmal eigentlich ganz cool aus. Besser als das komische, der komische Waschbär vom letzten Mal. Ist auch ein bisschen größer. Aber ich spiele halt Disney-Infinity nicht. Äh. Und was haben wir dann noch? Ein, ein Comic-Buch. Ähm, die X-Men Season 1. Hardcover. Blablabla. All new original graphic novel. Tralala. Oh. 25 US-Dollar. Ist die Verkaufsempfehlung. Ich glaube, hierzulande gehen die für ungefähr 20 Euro über die Ladentheke. Ähm. Schauen wir mal. Season 1. Inhaltsverzeichnis gibt's hier normalerweise nicht. Und... Nö. Geht auch direkt mit, mit Story los. Und... Moment. Hm. Ne. Scheint eine durchgängige Geschichte zu sein, wie ich das hier beim, äh, spontanen Durchblättern sehe. Ja. Nicht schlecht. Und, ähm. Hm. Aber, jetzt muss ich sagen, das Letzte, was hier drin ist, ist das komische Booklet, das kein Mensch braucht eigentlich. Aber eine Sache gucke ich jetzt nochmal nach. Ist übrigens, äh, jetzt nicht mehr auf diesem Hochglanzpapier, sondern, ähm, auf, 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 ja, normalem Papier, sag ich mal. Ähm. Haben sie hier diesmal irgendwas zu Disney Infinity drinstehen. Blablabla. Das ist eine Infinity-Figur. Blablabla. T-Shirts. Mit, äh, spektakulärem Apokalypsen-Design. Also auch nicht, nicht sonderlich erklärt, was das für ein Motiv eigentlich sein soll. Hm. Mir gefällt das Motiv trotzdem immer noch. Ähm. Aber, allem Anschein nach, wieder Nullerklärung zu Disney Infinity, was es ist. Ähm. Das finde ich immer noch ein bisschen doof. Und, ja, ziemlich leer diese Kiste diesmal. Trotz der Größe. Drei Sachen nur. Ähm. Gut. Natürlich das Comicbuch. Wirklich hochwertig. Ähm. Kann man nicht meckern. Die Disney Infinity-Figuren, hab ich geguckt, liegen so bei zwischen 8 und 15 Euro. Je nach Figur anscheinend. Und, äh, boah. Und der komische Raphael wird mit Sicherheit auch irgendwie um die 20 Euro liegen. Also vom Wert her kann man sich echt nicht beschweren. Meine Begeisterung hält sich trotzdem extrem in Grenzen. Zum einen, weil ich diese riesen Köpfe nicht mag. Scheiß Funko. Zum anderen, weil ich mit Disney Infinity absolut gar nichts anfangen kann. Und, ja, das Comicbuch dagegen, das nehme ich gerne. Werde ich lesen. Spaß dran haben, bestimmt. Und vom Wert her definitiv auch nicht verkehrt. Ähm. Aber, ja. Und wenn ich hier jetzt allerdings, ähm, die Vorschau auf den nächsten Monat sehe. Legends. Und das ist natürlich Link. Bin ich ja doch schon wieder fast in Versuchung. Aber, nein. Ich denke, das wird auf absehbare Zeit meine letzte Z-Box sein. Ähm. Weil... Zwei Enttäuschungen hintereinander. Ne. Danke. Das war's für mich jetzt erst einmal. Ähm. Ja. Wenn ihr eine Z-Box bestellen wollt, findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link. Würde mich freuen, wenn ihr den benutzt für eure Bestellung. Dann kriege ich nämlich noch ein paar, äh, Cent davon ab. Und das würde mir und meinem Kanal tatsächlich, äh, sehr weiterhelfen. Und mir ermöglichen, weiterhin schöne, spannende Inhalte für euch zu produzieren. Oder mehr und neue. Ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ähm. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und, äh, sage Tschüss und auf Wiedersehen.